Hallo, Falk zu einer neuen Folge Textlastig. Hallo Simon zu einer weiteren Folge Textlastig. Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge Textlastig. Wir spielen immer noch Textadventure und immer noch der unsägliche und vermeidbare Tod des Matthias Claudius. Und wir haben ja letzte Folge ganz viel geschafft und müssen uns jetzt verstecken, weil wir sind immer noch in dieser Polizeistation und sind aus unserem Gefängnis, aka, was war es, ein Besprechungszimmer, entkommen und müssen uns jetzt verstecken, bevor die Sanitäter hier sind. Also entkommen ist relativ. Wir sind immer noch im Polizeirevier. Naja, ich sage ja nur aus dem Gefängnis entkommen. Nee, aus unserer Zelle sind wir entkommen, nicht aus dem Gefängnis. Okay, das stimmt. So, nochmal eine Sache. Letzte Folge hatten wir uns übrigens gefragt, warum es eigentlich Jackpot heißt. Ich habe mich da recherchiert, ja. Und zwar im Amerikanischen ist der Jack der Bube und der Pot ist natürlich das Sammelgefäß. Und es gibt da beim Poker eine Spielvariante, wo man irgendwie, ich kann es nicht genau nachzählen, aber alle hauen irgendwie ein bisschen Kohle in den Pot. Und dann kriegt jeder irgendwie Karten und dann wird man befragt, ob man zwei Buben hat. Und wer zwei Buben hat, kriegt dann diesen Pot. Und wenn keiner einen Bube hat in der Runde, dann wird nochmal ausgeteilt und alle machen wieder irgendwie einen Pot voll. Und naja, am Ende bekommt irgendwer also den Jackpot, also den Bubentopf, könnte man sagen. So. Was das jetzt mit Lotto zu tun hat, weiß man aber auch nicht, ne? Nee, das hat sich dann, das könnt ihr ja auf Wikipedia lesen, da gibt es nicht auch einen Eintrag in Bezug auf Lotto, weil nämlich ganz oben auf steht, das kommt aus dem Poker-Business, hat sich dann aber auch synonym für andere Spielarten, wie zum Beispiel das Lotto, eingebürgert. Aber das war jetzt der langweilige Theorie-Teil. Jetzt kommen wir zum actionreichen Text-Adventure. So, also wir schauen uns mal um. Wo sind wir hier eigentlich? Schau dich um. Ja. Ja. Genau, also wir sind im Empfangsbereich. Genau. Und was ist hier los? Nochmal zur Zusammenfassung. Die Empfangsdame tippt auf ihre Tastatur und wir sehen eine Toilettentür im Süden, eine Empfangsdame, einen Tresen, einen kleinen Sofa, einen Blumentopf, das finde ich übrigens sehr interessant, eine Sitzgruppe und eine Garderobe. Genau. Ich würde auf jeden Fall den Blumentopf untersuchen, denn ich denke, wir können uns dahinter verstecken. Meinst du? Blumentopf. Also. Ein großer, siehst du, bürotypischer Blumentopf mit einer pflegeleichten Pflanze, die eigentlich keinerlei Zuwendung benötigt. Am Stamm der Pflanze wächst eine Blume mit einer schönen Blüte. Also ich bin immer noch hin und her gerissen. Dadurch, dass sie das Wort Stamm benutzen, kann das schon ein sehr großer Blumentopf sein, weil da reden wir von einem Baum. Das stimmt. Aber ich bin noch nicht. Das Wort Stamm kann man ja auch so als, wie sagt man? Na, man sagt doch aber eher Stängel, Stiel, Blüten. Vielleicht ist es eher so was biologisch Korrektes, weißt du? So Stamm. Aber wer weiß. Na gut. Okay, also das können wir natürlich versuchen. Untersuch doch mal die Blume oder die Blüte. Alternativ wäre natürlich auch, dass wir uns auf der Toilette verstecken, aber gut. Eine Blume mit einer Blüte, die auch das härteste Damenherz zum Schmelzen bringt. Oh, da hätten wir Frau Berlinger beeindrucken können. Kommen wir die nehmen? Nimm Blume. Na, untersuch doch erstmal die Blüte. Ach komm, wir wissen doch schon alles, was wir wissen müssen. Näh, man kann nie. Okay. Untersuch Blüte. So was kannst du ja nicht sehen. Okay, nimm. Ich habe jetzt mal die Blüte genommen. Oh, warte mal. Was ist jetzt? Die Blume hast du genommen übrigens. Die Blume habe ich genommen, genau. Nicht die Blüte. Die Sanitäter betreten den Raum. Also mit allen Worten, wir haben verkackt. Oh nein. Gefolgt von Dietrich und Frau Berlinger. Herr Claudius, das ist das Beste für Sie. Glauben Sie mir, es wird Zeit, dass Sie erst einmal zur Ruhe kommen. Die Herren werden sich um sie kümmern. Und wenn sie wieder auf dem Damm sind, dann sehen wir weiter. Nickt sie dir besorgt zu und berührt dich freundlich an der Schulter. Die Sanitäter fassen deinen Arm und führen dich in Richtung Ausgang. Du spürst, wie deine Beine immer schwerer werden. Ebenso wie deine Lider. Alles um dich herum scheint sich zu drehen. Herr Claudius, hörst du Frau Berlinger rufen und dann wird alles dunkel. Schlafzimmer. Auf dem Regal ist ein Radio. Du siehst hier außerdem ein Küchentür, W, ein Badezimmertür, N, ein Fenster, ein Bett und eine Nacht. Also ich nehme an, dass wir jetzt den Tag einfach nochmal neu erleben, oder? Das heißt, wir laden nochmal neu, oder? Oder wollen wir uns jetzt erstmal noch umgucken in unserer Wohnung hier? Ich nehme jetzt an, dass es einfach so eine Lupe ist, bis wir uns da irgendwie richtig entscheiden. Nimmt er das an? Okay. Oder? Oder pass auf, auf dem Regal ist ein Radio. Mach Radio an. Geht das? Ne. Schalte Radio an. Benutze Radio. Aha. Das hat jetzt nichts gebracht. Vielleicht nicht hier, vielleicht nicht jetzt. Wer weiß das schon? Hä? Ist aber eine andere. Untersuche Radio. Aha. Glaube ich, dass am Anfang des Spiels sagt das nicht. Das Radio ist im Moment aus. Ja, ich weiß. Ähm. Also komm, wir machen. Also es ist schon eine andere Beschreibung. Ja, okay. Dann lad von mir. Aber es ist rein, also rein festhalten, ich möchte festhalten, das ist eine andere. Meinst du? Ja, na guck mal, ich meine, es steht nichts von einem, ah doch, was steht da. Wir werden es ja gleich sehen. Wir werden es ja gleich sehen. Wir können uns nochmal hier umschauen. Wir haben es also neu geladen. Wir sind jetzt wieder in der Rezeption im Empfangsbereich. Und jetzt können wir uns doch einfach mal auf die Toiletten, äh, Toiletten verziehen, oder? Ja, okay. So, machen wir mal. Obwohl das wahrscheinlich nicht so geheimnisvoll ist. Was? Du kannst die Toilettentür nicht öffnen? Ach, jetzt müssen wir wieder mit der Frau fragen. Wir müssen mit der Frau sprechen, mit der Empfangsdame. Da können wir doch sagen, wir müssen auf Toilette. Sprich, mit Empfangsdame. So, jetzt, genau, jetzt dürfte ich die Toilette benutzen, fragen wir jetzt, ne? So, und jetzt? Oh, nee. Jetzt kommt die Sanität ja schon wieder. Das heißt, wir müssen gleich mit der Rezeption. Wir haben nur drei Züge insgesamt, oder so. Wollte gerade sagen, genau. Ja, ja. Okay, also, wir müssen nochmal kurz neu laden hier. Zack, bumm. Und jetzt, sprich, mit Empfangsdame. Dann dürfe ich die Toilette benutzen. Leider sind die Toiletten hier unten wegen Bauarbeiten geschlossen. Aha. Aber das wäre eigentlich optimal für uns, ne? Da können wir uns drin verstecken und keiner kommt rein. Ach, das geht also nicht. Vielleicht müssen wir uns dann doch festnehmen lassen. Ja. Weil was anderes ist schwierig hier. Ja, jetzt kommt hier schon wieder die doofen Sanitäter. Wirkt fast so. Ja, gut, dann machen wir das so. Dann sind wir jetzt schon wieder zu Hause im Bettchen. Und wir sind auch nicht, was wir machen sollen. Ja, wahrscheinlich. Wir schauen aus dem Fenster, oder? Einfach auf. Also, mal gucken, was da so los ist hier. Auf dem Parkplatz stehen schon die Autos der Nachbarschaft. In einer der Parkbuchten entdeckst du Melissas schwarzen Lupo. Oh, vielleicht ist die ja, ne, warte. Vielleicht ist die ja jetzt da. Oder liegt noch unten auf der Straße oder so. Weißt du? Also, wenn die sich jetzt runtergestürzt hat oder so. Also, vielleicht. Ich verstehe noch nicht ganz, worunter. Aber okay. Na. Ja. Okay, gut. Da ist also die Melissas Auto ist hier. Okay, gut. Dann gehen wir doch mal in die. Die Melissas Auto. Wo suchen wir jetzt erstens nach einer Frau? In der Küche natürlich. Natürlich. Genau. Oh je, ich hoffe, das hört niemand. Keine Angst. Okay, also. Küche. Der Geruch unzähliger, lieblos aufgewärmter Fertiggerichte hängt in der Terpete. Du siehst hier Küchentür im Osten, Wohnungstür im Westen, ein Fenster, ein Tisch. Darauf ist eine Kaffeetasse und ein Küchenstuhl. Eine Kaffeetasse? War die früher schon da? Hat die vielleicht Melissa dahingestellt? Oh, Untersuchung Kaffeetasse. So, das kannst du ja nicht sehen. Du hast auch Kaffeestasse geschrieben. Da, du hast recht. Melissas Lieblingstasse. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. Ist in geschwungenen Lettern aufgedruckt. Na gut, dann nehmen wir die mal mit, ne? Naja, kann man sie über den Kopf ziehen. Sehr gut. Oh. Du zitterst und die Tasse fällt dir aus der Hand und trachtest die Scherben, die vor dir auf dem Boden liegen. Aufgegangen sticht aus den vielen zerbrochenen Worten als einzig Verbliebenes hervor. Also jetzt fett geworden oder was? Was? Na aufgegangen. Du bist aufgegangen, sagt man doch auch so. Ne, von der Mond ist aufgegangen. Ja, das meine ich ja, aber jetzt ist ja nur noch aufgegangen da. Ach so. Man sagt doch so, ne? Du bist aber aufgegangen. Ach Gott, Simon, deine Gedankengänge, da kommt man nicht hinterher. Okay. Okay, also ja, und was? Ja, gut, nächstes. Tasse ist kaputt. Super. Mann, ey, alles ist komisch hier. Schau. Das ist wirklich alles ein bisschen komisch. Bomm, nochmal. Also, die Tasse ist kaputt. Weißt du, das Einzige, was neu ist, machen wir direkt kaputt. Ja, gehen wir wieder aus der Küchentür, oder? Ja, also gehen wir, dann gehen wir jetzt in. Mal gucken, wo wir heute sind. Ach so, nee. Oder meinst du, wir wollen nochmal ins Schlafzimmer? Ach so, nee, ich meine Wohnungstür wollte ich eigentlich sagen. Ach so, na gut. Ja, aber zack, machen wir. Zack. Du öffnest zuerst die Wohnungstür. Du sollst nicht gehen, bevor du nicht weißt, wo Melissa ist. Okay. Siehst du, haben wir doch schon mal eine Sackgasse gefunden. Okay. Ist doch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und jetzt, hier ist ja auch ein Fenster. Schau aus Fenster. Machen wir hier auch nochmal. Mhm. Das Fenster scheint geöffnet worden zu sein. Aha. Ja, aber dann ist ja, untersuche Fenster. Also wir wollen jetzt trotzdem rausgucken, ne? Ja, dann schau doch mal aus dem Fenster. Das, ja. Untersuche mal den Tisch, bitte. Okay. Mhm. Ein günstiger Tisch, Möbeldiscounter. Nee. Ja, okay, auf ihm siehst du nichts. Okay. Dann ist da nur noch ein Küchenstuhl. Ich will jetzt aus dem Fenster gucken. Ja, geht halt nicht. Fußabdrücke auf der Sitzfläche. Mhm. Vermutlich, weil du ihn nutzt, um an das Dachfenster zu kommen. Ja, mal können. Dachfenster. Nee. Die ist vom Dach gesprungen. Nee, aber das Fenster ist doch offen. Ja, weil sie da rein ist. Meinst du? Naja, wenn wir nicht zu Hause sind. Aber die hat doch einen Zweitschlüssel. Ja. Okay, gut, aber wir können ja mal gucken. Also, aber guck mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da müssen wir jetzt auch ein paar Sachen hier mal einordnen, ja. Also, erstens hat sie eine Zweitschlüssel, deswegen kann sie einfach so in die Wohnung. Und zum Zweiten hast du ja vermutet, dass die Wohnung nicht hoch angelegt ist. Aber das stimmt doch eigentlich auch nicht, weil wenn über uns das Dach ist, wenn über uns ein Dachfenster ist, dann ist das Haus entweder sehr klein, weil es nur eine Etage hat und dann direkt ist das Dach drüber. Oder wir sind tatsächlich hier im dritten oder vierten Stock oder so. Und dann wird es wieder hinhauen. Ja, das stimmt. Aber wie sollten, naja, okay, ich wollte gerade sagen, wie sollte man denn dann die Autos auf dem Parkplatz sehen? Genau, aber gut, die kannst du auch von oben sehen. Pass auf, machen wir so. Steig auf den Stuhl. Ja, ja, gut. Du stellst dich auf den Stuhl und jetzt öffne Dachfenster vielleicht. Ups, geht das vielleicht? Können wir da hoch? Das Fenster ist bereits geöffnet. Aha. Kletter aus Dachfenster. Genau. Geht nicht. Kletter auf Dach. So, das kannst du ja nicht sehen. Steig durch Dachfenster. Steig oder benutze Dachfenster. Oh ja, benutze Dachfenster, das ist nicht schlecht, ja. Benutze Dachfenster. Ne, ist eigentlich ziemlich doof, aber. Ne, ich finde das schon nicht schlecht. Fachfenster, ja, ist ein besonderer. Ne, das geht nicht. Ja, aber er sagt schon, das hat jetzt nichts gebracht, vielleicht nicht hier, vielleicht nicht jetzt, wer weiß das schon. Das ist eigentlich schon ziemlich devastierend. Wollen wir vielleicht nochmal. Aber guck mal, wenn man das untersucht, das Dachfenster, sagt er, das Fenster scheint geöffnet worden zu sein. Also deine Vermutung ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Steige durch Dachfenster, ist wahrscheinlich jetzt auch. Ne. Ich gebe einfach nur ein Dach, mal gucken, ob das geht. Oder oben oder so. Aha, äh, ne. Oben habe ich eingeben. Dazu steigst du erst von dem Küchenstuhl. Auf dem Küchenstuhl und dann steht da, das geht nicht, solange du noch auf dem Küchenstuhl bist. Okay, dann steig von Stuhl. Ja. So, jetzt sind wir wieder unten und jetzt nochmal oben eingeben oder so? Ne, in die Richtung können wir nicht gehen. Okay, na gut, das ist alles sehr merkwürdig. Lass uns mal zur Küchentür raus. Ja, aber das, ach so, Küchentür, ja. Also wir gehen jetzt zurück in unser Wohnzimmer, Schlafzimmer, ja. Ja, und geh mal, mach mal, schau dich um und dann gehen wir mal ins Bad. Ja, okay, machen wir so, zack. Nach dem Norden, funktionales Bad, Atmosphäre, blablabla, Badezimmer, Tür, Fenster, Spiegel, Dusche, Toilette, die geschlossen ist und ein Schrank, der geschlossen ist. Öffne Toilette mal machen, schau in Toilette. Toilette ist leer. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Öffne den Schrank. Ach, guck mal, jetzt ist ja wieder der elektrische Rasierer in dem Schrank und das Tage. Das hatten wir ja eigentlich schon mal eingesackt, ne? Ganz am Anfang. Stimmt, also wird das jetzt konsequenterweise heißen, dass wir davor sind, zeitlich. Okay, wir können beides nicht nehmen, denn beide sind fest. Was wahrscheinlich so ein Hinweis ist von wegen, ja, du brauchst das jetzt nicht nochmal. Okay, genau, das heißt, wir sind jetzt wieder am Anfang. Schau mal aufs Fenster. Ja, genau. Das heißt nämlich, hier gibt es auch ein Fenster. Ja. Das ist eigentlich eine schöne Wohnung, ne? Wenn jedes Zimmer ein Fenster hat, ist das eigentlich schön. Mhm. Der Tag scheint es gut mit dir zu meinen. Der strahlend blaue Himmel lässt einen milden Tag vermuten. Das ist ja auch jetzt komplett anderer Ausblick. Mhm. Ja, da liegt nicht die Leiche deiner Freundin. Von daher, alles gut aus dieser Seite. Gut. Also, das heißt, wir, ich verstehe nicht, warum wir nicht aus diesem anderen Fenster gucken können. Also, wir gehen jetzt wieder mal raus ins Schlafzimmer und jetzt von hier können wir nochmal das Bettchen untersuchen, ob da vielleicht noch was drin liegt oder so. Aber wir hätten doch mal die Dusche und den Spiegel untersuchen können. Ach so, ja, okay, dann machen wir das noch. Warte mal. Ja, vielleicht liegt die Bleiche von Melissa in der Dusche, weißt du. Ja. Und wir gucken so in die Toilette rein und denken so, nö, Toilette ist sauer, tschüss. Genau, stimmt. Okay, dann machen wir das als Untersucherdusche, aber eine Eckdusche, Kunststofftüren, Kalkentferner würde dem Ganzen gut tun. Dusche befindet sich in der Regel auch, was? Ja, ein Regler und ein Abfluss. Ah, ein Regler, okay. Genau, und in dem Abfluss ist ein Gitter und im Gitter ist nix. Und dann, was gab es noch? Das Spiegel, Untersucherspiegel. Der Spiegel, genau. Ja, Schau in Spiegel, geht das hier mal sehen? Ja. Das haben wir auch alles gemacht. Bessere Tage, durchschnittlich, bla. Hm, okay. Ja, Bart, Figur, Haarschnitt, sehr gut. Das hat nicht viel gebracht. Okay, also geh wieder raus ins Schlafzimmer. Jetzt hier nochmal kurz umgucken, ob da vielleicht noch irgendwas ist, aber naja gut, wir können nochmal den Nachttisch untersuchen. Da müsste ja dann eigentlich auch wieder alles drin sein, ne? Untersuch mal bitte die Wand vom Schlafzimmer. Okay. Ja, gerne. Ähm, nur nochmal zur Erwähnung. In diesem kleinen Schränkchen ist es tatsächlich wieder eine Zigarettenschachtel in der Schublade. Und das war ja beim zweiten Mal, als wir hier waren, nicht mehr, ne? Da war ja alles so wie vorher und jetzt ist das hier. Und ich wette, die ist fest. Ich mach mal, nimm Zigaretten oder so oder nimm Schachtel. Die ist bestimmt dann auch fest. Schachtel? Ne, die haben wir bereits. Jetzt sagt er, die haben wir bereits. Ist ja auch interessant. Ah, gut. Okay, so jetzt die Wand, sagst du. Das fühlt sich ein bisschen so an. Ja. Aber das gibt's nicht mehr. Ja, ich wollte, ja, weil als wir jetzt gerade in das Schlafzimmer sind, wurde das so hervorgehoben. Das ist die Wand und Tapetenwechsel und so. Okay, aber Radio hören, aber das geht ja irgendwie nicht. Nee, also hör Radio, wenn man das eingibt, dann heißt es, du hörst nichts Unerwartetes. Na gut. Pass mal auf, pass mal auf. Ja, okay. Geh mal zurück in die Küche. Ich glaube, wir müssen aus dem Dachfenster. Und vom Stuhl aus kommen wir da nicht hin. Was ist höher als ein Stuhl? Ach, der Tisch oder was? Genau. Tisch? Du kannst den Tisch nicht betreten. Naja, weil wir erst auf den Stuhl müssen. Ach so. Steig auf. Steig auf Stuhl. Warte. Steig auf Stuhl. So direkt. Jetzt. Steig auf Tisch. Nee, das geht nicht. Mist. Außerdem hat er ja vorhin schon geschrieben, dass das vermutlich, weil wir wegen dem Dachfenster und das sind ja auch Abdrücke auf dem Stuhl und nicht auf dem Tisch. Aber was ich jetzt nochmal trotzdem probieren möchte, ist, aus diesem Fenster zu gucken, wo nur weil es geöffnet ist oder gerade weil es geöffnet ist, muss man doch da rausgucken können. Steig von Stuhl, müssen wir erst mal machen. Runter gehen. So. Und jetzt, ähm, schau aus Fenster. Das muss doch gehen. Das Fenster scheint geöffnet worden zu sein. Ja, genau. Oder hier, schau auf Straße vielleicht. Okay. Schließ das Fenster doch mal. Damit man besser durchgucken kann oder was? Ah ja. Du kannst das Fenster nicht schließen. Das kann doch nicht sein. Benutze Fenster oder was? Das hat nichts gebracht. Vielleicht nicht hier, vielleicht. Oder schau runter vielleicht. Du siehst nichts Unerwartes in diese Richtung. Aber okay, wir wollen ja eigentlich auch auf dem Fenster. Er hat jetzt auf seine Füße gebrochen. Schau mal hoch. Naja, er wird ja die Decke sehen, ne, wahrscheinlich. Ne. Hä? Also das mit dem Fenster. Haben wir schon mal aus dem Dachfenster rausgeguckt? Okay, schau aus Dachfenster. Das Fenster scheint geöffnet worden zu sein. Okay. Das ist ja schon mal ein guter Hinweis, ne? Also steig auf Stuhl. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Kletter aus Dachfenster. Machen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Da kommt gar nichts. Ja, ey. Das ist wieder dieses eine bekloppte Command, das wir vielleicht. Ja, benutze Dachfenster. Das hat nichts gebracht. Okay. Okay, dann vielleicht schau aus Dachfenster jetzt noch mal, wenn wir jetzt auf dem Stuhl stehen. Ja, ja, genau. Aber jetzt stehen wir auf dem Stuhl, ne? Können wir das Dachfenster schließen? Ich hab das Gefühl, dass immer wenn wir Fenster eingeben, meint das Spiel Dachfenster. Ach so. Ach so. Ne, ne, andersrum. Wenn wir eingeben, schau aus Dachfenster, steht immer da drunter, das Fenster scheint geöffnet worden zu sein. Aber er bezieht sich dann wahrscheinlich auf das Fenster in der Wand und nicht im Dach, oder? Vielleicht gehen wir aber auch einfach davon aus, dass es zwei Fenster gibt. Und eigentlich meint das Spiel mit Fenster das eine Dachfenster. Ach, du meinst aber das, ach, ach, meinst du? Weil vielleicht ist einfach das geöffnete Fenster immer das Dachfenster. Ach so. Da müssen wir noch mal gucken. Schau dich um. Also, genau, ein Fenster und ein Tisch wird hier erwähnt. Und jetzt? Ach so. Verstehst du das? Das ist eins, meinst du? Ja gut, von mir aus. Ja, sonst würde ja Fenster und Dachfenster dastehen. Das heißt, immer wenn wir Fenster sagen, wenn wir in der Küche sind, wird wahrscheinlich das Dachfenster gemeint sein, weil eventuell gibt es gar keine Ahnung. Okay, gut. Dennoch, also unsere Aufgabe ist es ja. Warte mal, verschiebe Tisch, mach mal verschiebe Tisch oder schiebe Tisch oder irgendwas. Mal gucken, ob er den irgendwo unter das Dachfenster. Okay. Hängt in der Tapete, genau. Küchentür, Wohnungstür, Fenster und ein Tisch. Schau unter Tisch. Nichts Interessantes. Versuche den Tisch nochmal. Also, wir hatten ja, warte mal, aufgegangen. Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Ja, die Tasse, die runtergefallen ist, aufgegangen, wie das Fenster, was auf ist. Also, es deutet alles auf dieses Fenster hin. Stimmt, ja. Also, geh durch Fenster oder was weiß ich was irgendwie. Ach, das ging jetzt oder was? Geh durch Fenster geht, aber kletter durch Fenster und sonst was geht nicht. Boah, so was ist nervig. Das ist, ach man, ey. Geh durch Fenster. Man geht doch durch eine Tür, aber doch nicht durch ein Fenster. Na, vor allem, wenn das Fenster in der Decke ist. Ja, genau. Er sagt es ja auch, du ziehst dich am Rahmen des Dachfensters hinauf und betrittst das Dach. Okay, also, lassen wir diesen Fail einfach hinter uns. Dach. Der kleine Dachvorsprung war früher häufig ein Rückzugsort für dich und Melissa. Nur wenig Platz, aber für zwei Gartenstühle war immer Platz. Viele Stunden habt ihr hier gesessen, gelacht und wart glücklich. Du siehst hier Melissa. Ach, naja, schön. Sie sitzt am Rande des Vorsprungs, die Füße baumeln über dem Abgrund. Wie viele Meter es wohl hinab geht, fragst du dich in diesem Moment? Ohne jegliche Regung hält sie euer Bild in den Händen. Du siehst das leichte Zucken ihrer Schultern. Sie weint leise. Ah, wahrscheinlich, weil wir tot sind. Ach, hier, guck mal, das ist so ein Romy und Julia Ding, ne? Weil sie nämlich denkt, dass wir tot sind, obwohl wir gar nicht tot sind, stürzt sie sich jetzt runter, vielleicht. Aber warum heißt das Spiel dann der unsägliche und vermeidbare Tod des Matthias, Claudius? Ich weiß es doch auch nicht. Also hier, sprich mit. Und nicht von Olle Emme, äh, Melissa. Sprich mit Melissa, so. Matthias? Das fragt sie jetzt wahrscheinlich, ne? Wir werden nichts mehr vergehen. Ich hoffe. Okay. Und jetzt können wir sagen, was machst du hier oder wie geht es dir? Ja, komm, hier zwei. Beides? Wie geht es dir? Ja, wir müssen freundlich sein. Okay. Nicht gut, Matthias. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, ob ich diesen Verluste jemals vertreiben kann. Okay. Wegen unserer Trennung können wir jetzt fragen, oder? Aber du hast mich doch verlassen. Können wir jetzt sagen. Ich würde sagen, wir machen es mal feinflüg und fragen erst mal nach, oder? Also, wir nehmen die erste Option wegen unserer Trennung, weil das eine Frage ist. Oh, bei diesem Thema kann man nur verlieren, Simon. Ja, aber guck mal, es ist immer eine Frage. Das ist wie bei der Bild-Zeitung, ja? Die machen auch immer eine Frage, ein Fragezeichen hinten dran, behaupten den größten Mist, aber sagen dann, nee, nee. Aber es war ja eine Frage, deswegen war das ja gar keine Behauptung. Und in unserem Fall, wenn wir jetzt sagen, aber du hast mich doch verlassen, das bringt uns auch einen Teufelsküche, Feig. Na gut. Die sitzt am Rand von dem Dach, da muss man ganz vorsichtig sein. Ja, 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 ja. Wegen unserer Trennung, Fragezeichen, zack. Du weißt, warum wir uns getrennt haben. Die Fehlgeburt, das Locken unserer Zukunft und die ganze schwierige Zeit. Ich kann nicht mehr, Matthias. Ich will dieses Leben nicht mehr. Verstohlen siehst du in die Wolken, die die untergehende Sonne verdecken. Leertaste. Okay, äh, okay, mhm, krass. Also wissen wir von diesem verlorenen Kind? Nee, nix. Gab's nicht, gab's bisher noch nicht, ne? Ja, du streichst Melissa durchs Haar, das ist das erste ganz oben. Ah, da, okay. Du streichst Melissa durch ihr Haar. Wäre ja doof, wenn du nicht durch ihr, äh, egal. Ja, setz dich neben sie auf den Vorsprung des Daches und nimmst ihre Hand. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn dein ganzes Leben an dir vorbeirast. Du nicht mehr weißt, welchen Tag wir haben, wo du bist und was als nächstes passiert. Ich habe nur noch das Gefühl, in einer Scheinwelt zu leben. Ihre Tränen tropfen auf das Glas des Bilderrahmens. Ich glaube schon, flüsterst du fast tonlos und ich weiß, was uns helfen wird. Meinst du? Ja, antwortest du und nimmst den Bilderrahmen aus ihren Händen. Behutsam ziehst du euer Bild heraus, faltest es zu einem Flieger. Vergessen wir unsere Vergangenheit und konzentrieren uns auf unsere Zukunft. Wir können alles beeinflussen, wenn wir es nur wollen. Sagst du, wie du die zu dir selbst und lässt das Bild vom Dach gleiten. Alles, flüstert sie und legt ihren Kopf auf deine Schulter. Okay, in der Zeichen. Okay, ja, oben geht es weiter. Epilog ist es jetzt. Matthias und Melissa bleiben noch einige Zeit auf dem Dach und schwiegen gemeinsam. Ach so, jetzt ist es so Erzählerperspektive oder was? Erst als die Kälte langsam ihre Arme hinauf kriecht, beschließen sie, dass ein gemeinsames Essen vermutlich der beste Weg ist, um ihren gemeinsamen Neustart einzuleiten und zu besiegeln. Lass uns vielleicht nicht die Straßenbahn nehmen, murmelt er verstohlen. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade keine Lust auf diese Kontrolleure. Obwohl die gerade super freundlich waren, ne? Kein Problem, mein Spatz. Dann laufen wir, antwortet Melissa und haucht einen Kuss auf seine Wangen. Mit einem Lächeln verlassen sie die Wohnung, in der nur wenige Stunden zuvor ihre Zukunft begonnen hat. Nur wenige Stunden zuvor? Matthias hielt inne, schüttelte den Kopf und folgt Melissa die Stufen hinab durch das Treppenhaus. Sicher, dass er sie sobald nicht wieder loslassen wird, greift er ihre Hand und lächelt ihr zu mit all der Zuversicht, die er in jeden ihrer nächsten Schritte legt. Rasieren könntest du dich aber schon mal wieder. Belächelt sie dein sein stoppeliges Gesicht und untermalt ihre Neckerei mit einem Augenzwinkern. Es wird ein wundervoller Abend, der den beiden wirklich große Hoffnung auf die Zukunft macht. Okay. Einige Wochen später. Nach einem entspannten Tag im Büro schließt Matthias die Wohnungstür auf und wird beinahe umgerissen von Melissas Kreisch untermaltem Ansturm. Schatz, Matthias, ich habe schlechten Nachrichten. Was? Quietscht sie vergnügt. Hä? Vergnügt? Wieso, hä? Bitte? Du musst mit dem Rauchen aufhören. Ich bin schwanger. Okay. Ach so, das ist ein Witz jetzt mit schlechten Nachrichten. Okay. Schreit sie fast in sein Gesicht und hüpft aufgeregt auf und ab. Kein Problem, lächelt Matthias. Die schmecken sowieso viel zu oft nach Backofen. Das ist ein kleiner Insider, weil wir die mit Krümeln ausgestopft haben. Ach, warte mal. Und jetzt pass auf. Jetzt steht hier nochmal, was aus den anderen Akteuren wurde. Aus dem finster dreinblickenden Tütsteher. Nach dem grausamen Joint hat er das Kiffen aufgegeben und widmet sich nun noch intensiver seinem Studium. Sehr schön. Toni. Sie arbeitet immer noch im Romero und hört gerne zu. Bis heute ärgert sie sich, dass sie den Ring am Tag des Feuers nicht zu Hause gelassen hat. Hätte sie doch nur jemand gewarnt. Klofrau. Noch immer sitzt sie jeden Abend im Romero und beobachtet die Gäste. Toll. Theo. Ihm geht es gut. Oh Mann. Okay. Gott sei Dank. So. Du hast in 442 Zügen 760 Punkte erreicht. Wie viele Punkte gibt es insgesamt? Äh, 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 wie viele Punkte es insgesamt gibt? Das ist schwer zu sagen, da es so viele unterschiedliche Wege gibt. Spiel einfach noch einmal und finde alternative Lösungen. Vielen Dank fürs Spielen. Ha. Ja. Äh, okay. Was? Das war jetzt dann doch eher unerwartet, dieses Ende. Äh, ja. Vor allem ist irgendwie jetzt doch keiner gestorben, oder? Also, nee. Weiß nicht, ob alle Enden so sind, aber, ähm. Okay. Okay. Ähm. Wir sind schwanger. Wir sind schwanger, Falk. Das hätten wir uns auch nie träumen lassen, ne? Nee, du. Naja. Aber. Kommt halt manchmal, ne? Okay. Hä? Aha. Ja. Also, dann, also die doch, doch, dann plötzlich einsetzende Erzählerperspektive hat mich auch noch jetzt so gegen Enden dann nochmal ein bisschen durcheinander gebracht. Nee, die finde ich gar nicht so. Ich finde eher so dieser, dieser Turn. Man weiß, 99 Prozent des Spiels weiß man nicht, was los ist. Und dann kommt die Konfrontation mit einer Fehlgeburt, was ja schon ein sehr krasses Thema ist, so. Mhm. Ähm. Aber auch. Das wird recht schnell abgerissen, ne? Ja, weil, aber fünf Minuten danach heißt es dann, ja, aber du solltest mit dem Rauch aufhören, äh, Zwinker, Zwinker und, und plötzlich ist der Abend total geil irgendwie. Ja. Also gut, man muss natürlich sagen, dass für diese beiden ist ja mehr Zeit vor Gang, ne? Also, die haben sich ja schon getrennt und so und das ist alles ganz schwer gewesen. Also, die haben sich ja schon selbst mit dem Thema, äh, mehr auseinandergesetzt als wir jetzt hier innerhalb von fünf Minuten. Aber die Erzählweise lässt das nicht nachvollziehbar irgendwie. Ja, ich fand, das Spiel hat, also wenn man das jetzt so vergleicht, am Anfang hat sich es, hat sich das alles relativ langsam gespielt, gerade da vor dem Romero, also das mit dem Kiosk und wie man da reinkommt und dann da drinnen und die Zeit hätte sich am Ende fast noch ein bisschen mehr nehmen können, ne? Ja, vor allem, äh, ja, genau. Ja, und jetzt überlege ich gerade, wir sind ja gestorben angeblich, ne? Ja, oder nicht, also ich weiß es immer noch nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was wir gespielt haben, ehrlich, ich, also gerade Zeit ist in diesem Spiel komplett für mich nicht greifbar. Ich frage mich gerade, ob das, ähm, ob das so eine Metapher auf diese Fehlgeburt ist, ist, also dass du, also dass wir, ja, also wir haben ja anscheinend mit Melissa ein Kind gezeugt, so, und das ist ja dann gestorben. Mhm. Und ich frage mich gerade, ob diese Zeitschleife oder dieser Tod von uns am Anfang, ob das sozusagen das Kind darstellen soll? Irgendwie? Puh, jetzt wird's doch philosophisch. Äh, ganz ehrlich, keine Ahnung. Also, 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 ich, äh, pff, schwierig, äh, ja. Nee, ich kann mir da keinen Reim drauf machen, ganz ehrlich. Ja, ich auch nicht. Gerade weil das jetzt, vielleicht haben wir es jetzt auch wieder vergessen und es wurde am Anfang erwähnt, aber gefühlt würde ich jetzt sagen, kommt das mit der Fehlgeburt relativ spontan jetzt hier am Ende erst. Aber, ja, das müssen unsere Zuschauer oder Zuhörer, ähm, entscheiden. Ich frage mich halt auch, ob das alles Metaphern sein sollen, also für, äh, also, ja, äh, äh, ob das Metaphern sind für, wie man sich fühlt, wenn einem sowas Schlimmes, ähm, ereilt, dass, dass man, ne, hier dieses Ding, dass man irgendwie in so eine Kiste klettert und da gefangen ist und von außen kommen Leute und man muss sich verstecken und so, ob das irgendwie so diese Gefühlswelt beschreiben soll, vielleicht. Na, das hat er ja hier, äh, der Erzähler erzählt das doch irgendwie, oder? Oder das Gespräch zwischen den beiden, ähm, hat, hat er jetzt nicht, äh, ich glaub, Matthias, also hier, der, der Protagonist, den wir spielen, hat der da nicht irgendwie gesagt, hey, es fühlte sich alles so komisch an oder sowas? Ja, ne, hier, ne, wir haben uns da erst vor Stunden kennengelernt und er checkt das ja selbst auch nicht so richtig. Also, hier, mit einem Lächeln verlassen sie die Wohnung. in der nur wenige Stunden zuvor ihre Zukunft begonnen hat. Ach so, wahrscheinlich, ne, nur wenige Stunden. Ne, es war irgendein anderer, es war irgendwie ein anderer Teil des Textes hier am Ende, wo dann steht, wo, wo er ihr erklärt, dass, ähm. Ach so, dass sie oben dann, ne, ja. Hier, genau da, du kannst dir nicht vorstellen, oder warte mal, wer sagt das denn jetzt eigentlich? Sagt sie das? Ähm, ich glaub, sie sagt das, ja genau. Sie sagt das, sie sagt das, naja, okay. Genau, also, du streichst Melissa durch ihr Haar, setzt dich neben sie und nimmst ihre Hand und dann sagt sie, du kannst dir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn dein ganzes Leben an dir vorbeizieht, du nicht mehr weißt, welchen Tag wir haben, wo du bist und was als nächstes passieren wird. Ähm. Und er sagt dann, ich glaube schon. So, und guck mal, ich habe nur noch das Gefühl, in einer Scheinwelt zu leben und das Gefühl hatten wir ja auch die ganze Zeit. Deshalb sagt er ja, also ihre Tränen tropfen auf das Glas des Bilderrahmens und du sagst dann, ähm, flüsternd, fast tonlos, ich glaube schon und ich weiß, ja okay, das ist jetzt relevant, aber ich glaube schon. Also das bedeutet, ja. Also, okay, meine Interpretation ist, dass wir genauso durch den Wind sind die ganze Zeit und, und genau, und, und wahrscheinlich, genau, also meine Interpretation ist, wir sind komplett durch den Wind, genau wie sie und, dass wir und sie gestorben sind, sie ist ja auch gestorben, also, ne, angeblich Suizid, bla bla bla, ja, oder nicht Suizid, ist dann wahrscheinlich die Metapher darauf, dass eben das Kind gestorben ist und das ist ja ein, 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 ne, also eine Verbindung aus beiden, sozusagen. Ja, das kann sein, ne, das wäre vielleicht nicht doof. Das macht natürlich irgendwie Sinn, weil an diesem Tag ist ja ein Teil von dir sozusagen gestorben oder so könnte man das ja vielleicht erwähnen oder sagen oder so. Ähm, und wir sind komplett durch den Wind, kriegen gar nichts mehr mit, alles fliegt irgendwie an uns vorbei, weil, weil das passiert ist und, ähm, und dann ist immer noch nicht ganz klar, in welchem Zeitabstand das passiert, weil, äh, hier, die haben sich ja auch getrennt und so, das klingt jetzt eher nach, okay, wir haben da wochenlang miteinander, äh, schon gehadert und so und, äh, und, und dann sind irgendwann entschieden, diese Trennung durchzuführen und das Spiel fühlt sich an, wie das ist alles innerhalb von einer, von einem halben Tag passiert oder so, aber ja, so in diese Richtung, ja. Also wie gesagt, die Story möchte ich, finde ich jetzt gar nicht doof, tatsächlich jetzt so rein Gameplay-technisch, ich, oder erzähltechnisch, ich finde irgendwie, also die erste Hälfte des Spiels oder, oder fast noch mehr, äh, wird diese Komplexität, der Story irgendwie geht unter oder ging an mir zumindest mal vorbei irgendwie und ich hatte irgendwie ein Problem wirklich auszumachen, warum ich, was auch immer im Spiel tue und in welcher Zeit ich bin. Also gerade das auch mit der Lagerhalle, ich meine, waren wir da nur oder haben wir das geträumt oder? Aber vielleicht ist das ja genau das, was beabsichtigt ist, ne, also dass du sollst dich total, äh, orientierungslos fühlen, sollst dich fragen, so, hey, was ist hier eigentlich los und dann bist du schon wieder in den nächsten Szenen und du kriegst gar nicht mit, was eigentlich passiert und du bist so in, du bist so in Gedanken, ähm, und überhaupt nicht fokussiert auf irgendwas, dass du, dass halt alles nur an dir vorbeiziehst, ne, also das hat das Spiel ja geschafft dann sozusagen, diese Verwirrung aufzulösen. Das definitiv, ja, das stimmt. Ja, das stimmt, ja, dann ist es wieder so ein, so ein künstlerisches Ding, aber ich, ja, weiß nicht, ob das, ja, du kennst ja das, an welcher Stelle ist das Kunst und wann ist es einfach nur scheiß Gameplay, weißt du, also jetzt auch aus rein spielerischer Sicht, aber, ja. Ja, und ich verstehe aber auch, wenn es dann, bei Text Adventures sicherlich nochmal schwieriger. Ich verstehe auch nicht den Titel, der unsägliche und vermeidbare Tod des Matthias klaut ist, weil jetzt könnte man ja zynisch sein und sagen, der vermeidbare Tod, das ist, äh, ja schon ein bisschen gemein zu sagen. Ist uns ja gelungen, so gesehen, oder? Nein, nein, es ist ja vor allem, es ist ja nicht vermeidbar, also wenn du eine Fehlgeburt hast, was sollst du da, also, also. Naja, aber du, also, also nochmals, ne, wir wissen nicht, ob wir rein durch Zufall und Dusel, oder wie man sagt, ähm, einfach in ein oder das positive Ende des Spiels gefunden haben, kann ja sein, weiß ich nicht. Ach so. Vielleicht gibt's ein anderes Ende, wo sie stirbt, oder wo wir sterben, oder wo, weiß ich nicht, was passiert. Ach so, du meinst, dass wir zum Beispiel Selbstmord begehen, äh, und dann ist ... Oder sie retten und dabei selbst sterben, oder irgend so was, keine Ahnung, dann ist es natürlich komisch, dass das ganze Spiel, in dem so viel passieren kann, dann gerade so heißt, wie ein, ein Ende, vielleicht ist es Käse, ich, keine Ahnung, ansonsten würde mir aber das, tatsächlich der Name des Spiels überhaupt keinen Sinn machen, also für mich jetzt. Okay. Ja, äh, okay, interessant, äh, eine ... Unsäglich, wieso unsäglich? Ja, das ist auch komisch, ne? Naja. Naja. Gut, also ... Aber, ja, kann man machen. Also, ich sag mal so, äh, was ich sehr gut fand, war, ähm, dass das Spiel viele Tipps gibt, ja, das mit dem Kontrolleur und wahrscheinlich vorher auch schon ganz viel, also es ist immer wieder so Hinweise, wohin man eigentlich soll oder was man machen soll, was es aber sehr schlecht macht, ist, dass diese Aktionen dann ausführbar sind, weil wir dauernd einfach nicht auf die richtigen Verben gekommen sind, wir wussten ganz genau, was wir machen sollen und dann, ähm, gut, dann ist natürlich die eine Sache, dass das das erste Spiel ist, was das Verb benutze erlaubt, das ist natürlich, ähm, kann man jetzt vielleicht ... Eigentlich sind's ja nur zwei Sachen gewesen, oder? Das war, wir sind nicht aufs Falten des, ähm ... Naja, wir sind ja ... Warte mal, ich muss mal nachkommen. Naja, das war ja ... Ich meine, wir sind nicht auf das ... Ja, gut, davor kann ich mich sowieso nicht erinnern, aber ... Also jetzt so gegen Ende sind wir einfach auf das Falten nicht gekommen, das hat jetzt nichts mit Worten zu tun, da sind wir einfach nicht auf die Aktion gekommen, also dass man überhaupt noch falten muss, ja, wir haben ja versucht, den, den, den Zettel da reinzustecken und tatsächlich das mit dem Hochklettern war jetzt auch ein bisschen so, so, so ein leichter Fail, aber ... Naja, und dann hatten wir noch nicht vergessen, ne, wir konnten, ähm, diese Zigarette haben wir nicht hinbekommen, weil, äh, ich guck grad noch mal die E-Mails durch, die wir dem netten Christian nämlich geschrieben haben, sehr nett übrigens, Christian, äh, dass du uns da immer so schnell geantwortet hast, das war sehr gut, und zwar, genau, und da haben wir dann nämlich festgestellt, dass, also wir haben ja eingegeben, Steckstift in Zigarette, Drückstift in Zigarette, Schiebstift in Zigarette, und die richtige Lösung war dann irgendwie sowas wie benutze Zigarette, ja, oder benutze Stift mit Zigarette, genau, und, ähm, das war eine Sache, das war, äh, genau, und mal sehen, ob wir noch irgendwas hatten, ähm, ja, also auf jeden Fall, das ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn dann so, oder hier wie durch das Dachfenster, ne, so irgendwie, äh, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen doof, was aber sehr cool ist, fand ich, war, dass es mehrere Lösungswege gibt für ein Rätsel, und dass wir ja zum Beispiel die Krümel mitnehmen konnten, genau, oder die Blumenerde und damit diese Zigarette stopfen konnten, ne, und, und, und scheinbar laut, laut letztem Satz mit den Punkten scheint es ja wirklich, also kann jetzt natürlich auch nur so ein, so ein Spruch sein, ja, aber scheinbar gibt es mehr als nur zwei oder drei Enden. Genau, und wahrscheinlich werden deswegen auch am Ende, und das finde ich auch super cool, nochmal die, äh, Protagonisten erwähnt, wie, was aus denen geworden ist. Das ist eine saugeile Idee, finde ich. Was er erwarten lässt, dass jedem tatsächlich was unterschiedliches noch hätte oder passieren könnte. Zum einen das, aber selbst wenn nicht, fände ich das total cool, einfach, äh, nochmal zu resümieren, was dir so die Geschichte, wer da so mitgespielt hat, also ich finde, das könnte jedes Spiel machen einfach, auch wenn's, wenn's keine unterschiedlichen Enden gibt, ähm, nur, nur, um ehrlich zu sein, was, was mir, ähm, ein bisschen fehlt, und das gilt auch für ganz viele, äh, ganz normale Spiele in Anführungszeichen, manchmal bieten Spiele Möglichkeiten, und ich merk das gar nicht. Also, ähm, in manchen Spielen ist es zum Beispiel so, dass wenn man Dialogoptionen hat, die freigeschalten werden, weil man besonders intelligent ist oder so, ne, dann gibt's manche Spiele, die bieten einfach diese Option an und erwähnen das aber gar nicht weiter, und dann, dann fühlt es sich für mich ja so an, als ist das einfach eine ganz normale Dialogoption. Und bei manchen Spielen färben die aber dann diese, diesen Satz, äh, anders ein oder schreiben dahinter in Klammern, ähm, intelligent 20, was so ein Hinweis ist, ja, pass auf, die ist jetzt nur da, weil du so intelligent bist. Und das gibt mir dann sofort ein besseres Gefühl für diese Flexibilität des Systems. Will sagen, hier, ich wüsste jetzt nicht so richtig aus dem Stand, was wir hätten krass anders machen sollen, damit sich hier ganz viel ändert. Also, ja, aber, also, ja, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, wenn man das gerade nicht macht, dann fühlt es sich mehr wie eine Geschichte an und weniger wie ein regelwerkbasiertes Ding, weißt du? Ich meine jetzt ja nicht sowas wie, ähm, wie jetzt, äh, so ein Statistiken-Ausdruck, aber sagen wir mal so, wir waren jetzt nie an irgendeiner Straße, wo wir gesagt haben, geh links oder rechts. Und wo, wo mir jetzt ganz klar wäre, ja klar, an dieser Stelle haben wir uns entschieden und dann hätten wir uns anders entscheiden können. Oder fällt dir da jetzt irgendwas ein? Also, ich weiß nicht, ob wir tatsächlich nicht noch irgendwas anderes hätten machen können, jetzt hier gegen Ende, da, wo wir, ähm, äh, von den Sanitätern da fest... Das wäre mal interessant. Ähm, wir haben auf jeden Fall letztens einen YouTube-Kommentar bekommen, da hat ein netter Herr oder eine Dame, ich kann mich nicht genau erinnern, bei einem Spielern, dass ich mich auch nicht genau erinnern kann, was aber sieben Enden hatte, ich weiß den Namen, irgendwas mit schwarz, schwarze irgendwas, äh, hat dann geschrieben so, ey, ich hab jetzt alle sieben Enden gefunden. Also, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, uns, ähm, auf YouTube oder auf unserer Webseite schreiben wollt oder bei Twitter, ob ihr da noch was anderes rausgefunden habt, sehr gerne. Da können wir uns ein bisschen austauschen, was es hier noch für Enden gibt, das ist ja auf jeden Fall spannend. Wo ich das gerade sage mit den Sanitätern, weil, also, da muss es ja irgendwas anderes geben, weil ich meine, wir wurden jetzt, wir sind dem Raum entkommen und wurden dann dennoch von den Sanitätern mitgenommen. Ja. So, da hätten wir den Raum nie verlassen. Ja, das stimmt, ja. Also, muss irgendwas, muss es da gegeben haben. Entweder haben wir irgendein Objekt von irgendwo anders vorher nicht mitgenommen, das uns da geholfen hätte. Oder wir hätten die Blume nicht untersuchen sollen oder vielleicht die Blume mitnehmen und dann hätten wir, mit der Blume hätten wir wahrscheinlich die Frau bestechen können. Stimmt. Und im Bus hätten wir vielleicht auch was machen können, dass der dann, ja, also, stimmt, ja. Cool. Und jetzt, das ist das, was ich meine, wenn es nicht in Klammern steht, wie du so als Beispiel sagtest, ja, dass du diese Option hast, weil du dies und das vorher gemacht hast. Natürlich ist es transparent und so, ja, aber auf der anderen Seite fühlt sich's halt ohne weniger nach einem Spiel mit Regelwerk aus. Ja, stimmt. Äh, an. Ja. Also, ich würde, glaube ich, zusammenfassen, wenn das Spiel in einer normalen Produktion wäre, würde ich, glaube ich, sagen, dass das echt gut ist und gute Ideen hat und ein gutes Konzept. Und das Einzige, was fehlt, ist ein ausführliches Testing durch viele Spieler, die, ab und zu hatten wir mal ein kleines Backline, einen kleinen Bug hier und da, das war aber nicht schlimm, das war ja nie Spiel, äh, also Game Breaking, also, ne, also, dass man nicht weiterkommt. Aber, äh, genau so mal abzustecken, welche Rätsel sind ein bisschen, vielleicht kommt die Leute einfach grad nicht drauf, äh, an welchen Stellen ist die Story vielleicht ein bisschen zu lang, äh, oder ausgedehnt, was, so, also da noch ein bisschen zu tweaken. Ja, das stimmt. Ich wollte grad sagen, also, manche Texte, ich, wie, ich bin kein professioneller Schreiber, um Gottes Willen, ich bin sogar sehr schlecht im Schreiben. Aber manche Texte, so als, als Leser, finde ich, manche Texte lesen sich ein bisschen zu holprig. Aber muss man auch noch sagen, es ist was komplett anderes, wenn man das irgendwie laut vorliest und wenn man das halt auch so spielt nebenbei, ne? Das stimmt, das stimmt. Also, für sich allein lesen ist das nochmal was anderes, das, ähm, das sagen auch so Let's Player bei YouTube ganz oft, dass die ein Spiel komplett anders wahrnehmen, tatsächlich. Und das ist ja noch ein visuelles Spiel. Aber, ja, ähm, nur, nur ich, ja, also, ich würde zusammenfassend, ich glaube, da, wenn... Dennoch ein schönes Spiel. Genau, schönes Spiel. Und ich glaube, wenn das irgendwie 20, 30 Leute mal, mal ausführlich spielen, äh, und Feedback geben, was, wo sie nicht weitergekommen sind und, äh, und wo vielleicht das eine oder andere Verb eingefügt werden könnte, wo zum Beispiel, ne, klettert durch Fenster und nicht betritt Fenster oder was wir da, oder gehe durch Fenster, so eine Geschichten und dann vielleicht noch hier und da ein, zwei Sachen etwas einfacher gestalten, sodass man schneller drauf kommt, sodass man die Story schneller erleben kann, dann wäre das durchaus ein sehr interessantes Spiel. Allerdings muss ich noch eine Kritik, würde ich wahrscheinlich sagen, ich mag das auch bei Filmen immer nicht so, wenn man 90 Prozent des Films keine Ahnung hat, worum es eigentlich geht und dann am Ende dann erfällt es so, achso, ah, okay, das war es jetzt, okay, ah, alles klar, das ist mir immer ein bisschen zu, zu, ja, ich weiß auch nicht, das gibt mir so ein bisschen wenig, irgendwie. Du meinst, wenn das Werk, das du konsumierst, darauf abzielt, dass du es ein zweites Mal gucken, lesen oder was auch immer man machen muss? Ja, das ist ein guter Punkt, weil dir das Wissen des Endes fehlt. Ja, genau, und bei mir ist es immer so, ich mag es eigentlich lieber, wenn man relativ ab vom Anfang an klarstellt, was die Grundsituation ist und dann die Implikationen daraus interessant sind. Und eins meiner Lieblingsspiele tatsächlich, das heißt Soma, das mag ich total gerne, weil worum es in diesem Spiel geht, wird in den ersten, ich sag mal jetzt Viertelstunde oder so klar. Da ist so ein Unglück passiert und da muss man dann mal gucken. Und genau das ist das Ding. Was sich daraus ergibt, ist super spannend. Also da geht es um ganz, ganz spannende Themen, die sich daraus ergeben. Andere Spiele machen es so, dass sie 90 Prozent der Zeit irgendwer in dem Unklaren lassen. Man läuft durch irgendwelche Level und weiß gar nicht, was losgeht. Am Ende sagen sie dann, ja, da war diese Katastrophe und dann ist das Spiel zu Ende. Beides hat, glaube ich, seinen Reiz. Also es gibt auch Spiele, die das sehr, sehr gut machen. Aber es ist witzig, weil es gibt auch, fällt mir dazu ein, wie heißen diese Typen von Serien, so Detektivserien im Fernsehen? Ja. Gibt es wahrscheinlich aktuell auch noch so. Krimis. Krimis, genau. Also mir fallen dazu halt sowas wie Columbo ein. Es gibt ja so den typischen Krimi, der auch dem Zuschauer, wahrscheinlich gibt es da erzählerisch totale Fachworte für, aber es gibt ja so Krimis, da ist dem Zuschauer, also sowohl dem Zuschauer als auch dem, weiß ich nicht, Polizisten, dem Protagonisten meinetwegen, gleichzeitig unbekannt, wer der Mörder oder so was auch immer ist. Ja, na gut, klar. Und sowohl der Polizist, so nenne ich es jetzt mal so stupide, ja, als auch der Zuschauer erfahren zur gleichen Zeit am Ende, wer es war. Ja. Und haben quasi das gleiche Wissen zu jedem Zeitpunkt. Mhm. Und dann gibt es, meine ich mich zu erinnern, Columbo ist eine dieser Serien, in dem der Zuschauer mehr weiß als der Protagonist. Also Columbo, glaube ich, heißt er ja auch in der Serie, ne? Ja, kann sein, habe ich nie gesehen, aber ja. Er ist sehr, sehr geil, also ich mochte das früher sehr. Der weiß, also der Zuschauer der Serie oder der Folge weiß schon gleich am Anfang, relativ am Anfang, wer der Mörder ist. Aber es ist mega spannend, Columbo dabei zuzusehen, wie er auf die Spur kommt. Wie er das aufdeckt. Genau, und wie der eigentliche Mörder, weil meistens sind das so übel Clevere. Mhm. Würde ich jetzt behaupten. Wie der versucht, sich rauszufinden. Das ist das eigentlich Spannende. Nicht rauszufinden, wer es eigentlich war. Ja, aber. Ist ja quasi das gleiche Prinzip, weißt du? Nee, aber nicht ganz. Also ich weiß, was du meinst, sondern das klingt auch sehr spannend tatsächlich. Jetzt, wo du das erzählst, hat dich irgendwie mal Lust, Columbo zu gucken. Hab ich. Mach das mal. Das ist ein cooler Charakter, finde ich. So, aber, ähm, was ich meine ist, dass du in den Film guckst, 90%er weiß gar nicht, nicht weiß, worum es überhaupt geht und am Ende stellt sich raus, dass da jemand getötet wurde. Das wäre jetzt so mein Beispiel von dem, was ich nicht mag, weil in einem normalen Krimi weißt du ja, worum es geht. Da ist jemand gestorben. Wir klären das auf, alles klar. Und am Ende gibt es dann noch die Überraschung. Das ist ja auch völlig okay. Aber wenn du jetzt so einen verschwurbelten Film hättest, wo du einfach denkst so, ja, was ist denn jetzt eigentlich los? Und am Ende heißt es dann, ja, gut, sein Mann ist gestorben. Also, ah, okay. Ja, gut, dann weiß ich, das ist auch. Und so kam mir das hier ein bisschen vor, ne? Weil wir wissen ja überhaupt nicht, worum es geht. Und am Ende so, ah, fehlt es. Das stimmt. Okay. Ähm, ja. Eigentlich wollten wir im ganzen Spiel, glaube ich, primär erst mal nur Melissa finden, ne? Irgendwie. Ja, stimmt. Weil sie angerufen hat, dass wir tot wären. Also, es ist wirklich, es stimmt. Nee, nee, das kam im Radio. Das kam im Radio. Und sie, wir haben sie angerufen. Und dann war sie ganz verwirrt, weil wir. Nein, nein. Wenn ich mich recht erinnere, und das ist wirklich peinlich jetzt, wahrscheinlich die ganzen, uns ganzen Zuhörerinnen, die werden sich denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber war es nicht so, dass sie uns angerufen hat und uns aber nicht gehört hat, weil wir ja eigentlich tot waren? Ach so, das kann auch sein, ja. Also, wie gesagt, es ist alles, ja, es ist bestimmt künstlerisch total wertvoll, aber irgendwie halt auch genauso durcheinanderbringend irgendwie. Aber gut, haben wir jetzt alles besprochen, glaube ich. Ja, genau. Was mich mal interessieren würde, ob das irgendwie, also ob der, ähm, äh, ob der Anlass, auch das Spiel zu machen irgendwie da, ja, ist, rüberzubringen, wie sich das anfühlt, wenn man sowas schrecklich durchleben muss. Oder ob das eine Vermutung ist, wie sich das anfühlen könnte, oder, also, wo da die Motivation herkommt. Will man nicht hoffen, aber, ähm, äh, ja, ähm, es gibt's natürlich leider. Und vermutlich, äh, öfters als man denkt, nur redet halt keiner drüber. Deswegen ist es eigentlich ziemlich cool, das auch mal so zu thematisieren. Also, das ist schon eigentlich echt gut, ähm, äh, äh, aber... Aber wenn's, wenn's so wäre, dann fände ich, wäre es jetzt, äh, echt zu kurz gekommen am Ende. Also, es ist ja wirklich... Genau, 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 genau. Vielleicht haben wir's auch ein bisschen gerusht jetzt, so gegen Ende. Aber es fühlte sich auf jeden Fall so an, als, ja, hätte man das, also, wenn es das Hauptthema gewesen wäre, dann hätte ich das gerne irgendwie ein bisschen elaborierter gehabt. Ja, also, klar, vielleicht, ähm, wenn man sowas auch mal durchlebt hat, äh, und auch weiß, wie sich das anfühlt, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass man wirklich sich dann wie so einer Trance fühlt, wo man gar nichts mehr durchkommt, dann würde man jetzt vielleicht am Ende sagen, ja, Mann, genau, du verstehst mich. Ich habe mich genauso gefühlt, wie du das Spiel jetzt hier, äh, aufgebaut hast. Das kann natürlich sein. Ähm, das fällt dann natürlich Leuten schwerer nachzuvollziehen, die sowas noch nicht erleben mussten. Mhm. Äh, ja, aber, aber gut, ich mein, genau deswegen werden ja, äh, Kunstwerke geschaffen, vielleicht, damit man Leute, die, äh, Dinge noch nicht erlebt haben, das auch mal, äh, im Ansatz fühlen können, oder so. Mhm. Ja, interessant, also, äh, war auf jeden Fall eines der längeren Spiele, die wir, oder eines der längsten Spiele vielleicht sogar, müssen wir nochmal gucken, wie viele Folgen es waren, äh, die wir je gespielt haben. Na, längstes glaube ich nicht. War eines der längeren. Sehr lange, genau. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen, bis hierher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, äh, Christian, für deine Unterstützung und deine Hilfe, dass wir das hier, äh, spielen konnten und auch vielen Dank dafür, dass du das Spiel gemacht hast. Das war sicherlich sehr, sehr aufwendig. Also, das, äh, das ist kein, ich mach mal in einer Stunde ein kleines Text, wenn ich hier spiele. Das stimmt. Na, genau. Ja, und dann hören wir uns, äh, alle hoffentlich dann in der nächsten Episode wieder. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.